Der Löwe in Deutschland, der sich auf freiem Fuß bewegt, ich muss jetzt was mit euch teilen. 23.30 Uhr und ich bin eigentlich ziemlich müde, aber ich dachte mir, ich muss das jetzt loswerden, weil folgendes, ja, ich habe mir jetzt dieses Video hier nochmal genauer angeschaut, ne, von diesem Löwen. Und jetzt sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar, erstens mal, dass dieses Video eine extrem schlechte Qualität hat, und zwar eine so verdammt schlechte Qualität, dass ich hier als Zoologe nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, ob das überhaupt ein Löwe ist. Ich kann auch nicht sagen, ob es ein Puma ist. Heute war in den Medien auch noch die Rede davon, dass dieses Tier ein Wildschwein getötet und gefressen hat. Inwieweit da jetzt die Beweise vorliegen, dass genau dieses Tier das Wildschwein getötet hat, wissen wir nicht. Oder ich weiß es zumindest nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob ein Wildschwein getötet wurde. So sieht es aus. Aber wenn wir uns jetzt nochmal genau dieses Video anschauen, dann sind ein paar Eigenschaften, die einfach nicht auf einen Löwen zutreffen, ja. Erstens mal ist so der Körperbau, ist ein bisschen seltsam, ja. Das weicht alles ein bisschen von einem Löwen ab. Und ganz stutzig hat mich der Kommentar eines Zuschauern gemacht, der selber Landwirt ist. Und der sagt, naja, hör mal, das könnte auch genauso gut ein entlaufenes Kälbchen sein. Mit einem besonderen Hinweis auf den Schwanz des Tieres und einem Hinweis darauf, dass die Ohren möglicherweise zu groß für einen Löwen sind. Und wenn ich mir jetzt tatsächlich das mal genauer anschaue, ich habe es mir heute nicht so genau angeschaut. Ich habe nur gehört, Löwe entlaufen, in Deutschland Wildschwein getötet und so weiter, habe ich gesehen hier, ja, zack, ist ein Löwe. Komm, informiere die Leute, hau ein Video raus. Wenn ich mir jetzt hier diesen Körperbauern schaue, dann kann das tatsächlich, also der Schwanz, es ist einfach sehr hart zu erkennen. Der Schwanz wirkt hier ein bisschen zu kurz und die Anatomie des Schwanzes dieses Tieres sieht tatsächlich nicht wie ein Löwe aus. Aber irgendwie sieht das Ganze auch nicht für mich wie ein Kälbchen aus, weil, also die sind von der Wirbelsäule oben eher gerade, ne? Und das Tier wirkt so buckerlich, als ob es irgendwie da am Graben ist oder so. Das ist sehr, sehr schwierig, ne? Was ich damit sagen will, ist, dass diese ganze Massenpanik um diesen vermeintlichen Löwen vielleicht vollkommen für die Katz ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass sich hier Leute möglicherweise mein entlaufenes Kalb verrückt machen. Und wie gesagt, also, ja, ich habe Zoologie studiert, ich weiß, wie Tiere aussehen und anhand dieser Aufnahme kann ich nicht zu 100% bestätigen, dass es ein Löwe ist. Ich habe vorhin meine Vermutungen geäußert, ja, jetzt habe ich nochmal genauer hingeschaut und habe einfach gemerkt, dieses Tier ähnelt gar nichts, ja? Die Aufnahme ist zu schlecht. Warum die Person hier einfach die Aufnahme gestoppt hat und dem nicht näher nachgegangen ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie qualitativ die Spurensuche dort war, ob dort Leute hingegangen sind zum Beispiel und geschaut haben, ob es vielleicht Trittsiegel gibt, ne? Abdrücke von den Pfoten oder von den Huften meinetwegen, wenn es ein Kalb ist. Ja, das ist eine spannende Sache, würde ich sagen. Vielleicht ist dieses Video auch ein Fake. Und wenn du nicht weißt, wovon zur Hölle ich überhaupt spreche, dann schau dir gerne das Video hier im Abspann an vom Löwen und so weiter. Da sind auch ein paar interessante Informationen drinnen über Löwen, die auch richtig sind. Ich habe mich jetzt auf so. Bis demnächst. Tschüss.